Was geht ab, liebe Leute? Wir haben jetzt unser Zeug gepackt. Jetzt müssen wir acht bis neun Stunden mit dem Bus fahren und dann sind wir schon in Kambodscha. Damit ich euch nicht mit der Fahrt langweile, mache ich es ganz, ganz schnell. Welcome to Kambodia! Wir hoppen mal wieder im Tuk-Tuk, wie immer. Und jetzt fahren wir zum Angkor Wat-Tempel. Kennt ihr wahrscheinlich aus Tomb Raider, zum Sonnenuntergang. Und schaut es euch einfach mal an. So, wir sind jetzt am Tomb Raider-Tempel angekommen, da hinten. Unser Tuk-Tuk-Fahrer hat uns jetzt hier abgesetzt und er schaut gerade wegen dem Checkpoint. Er hat gemeint, dass wir hier umsonst reinkommen. Aber irgendwie ist das nicht so ganz legal, was wir hier machen. Keine Ahnung. Werden wir mal sehen. So, unser Tuk-Tuk-Fahrer hat gemeint, die Polizei ist da. Wir können jetzt nicht rein. Aber dafür gehen wir morgen rein. Egal, jetzt können wir von außen ein bisschen filmen. Und schaut es euch mal an. Also, wir machen morgen die Tempeltour. Unser Tuk-Tuk-Fahrer, da hinten, besäuft sich gerade mit seinen Kollegen. Wir waren jetzt vielleicht 10-15 Minuten weg und der ist rotzevoll. Der fährt uns jetzt gleich noch heim. Das wird witzig. Da ist er. Let's go. Guten Morgen. Nächster Versuch in Angkor. Wie heißt das Schatzding? Mann, nochmal. So, nächster Versuch. Spastig. Guten Morgen. Nächster Versuch in ein Tempel reinzukommen. Wir gehen jetzt zum Angkor Wat-Tempel, danach gehen wir in den Tomb Raider-Tempel. Eigentlich machen wir heute nur Tempeltouren. Schaut es euch an. Entspelg. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.